Ja, wir bewegen uns in einem Zeitalter, wo wir uns mehr denn je beschäftigen mit Visionen als je zuvor, nämlich im Netz. Und wir Künstler haben uns schon immer mit Visionen beschäftigt, die wir zum Beispiel auf die Leinwand gebracht haben, wie ich es hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das so sehr, was kommt, eher das, was bleibt. Nämlich das, was bleibt, das hat Bestand und das wird sich zeigen. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Was mich dabei interessiert, ist nicht das, was ich hier tue. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018